Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute dieses faszinierende Yamaha Keyboard, das jüngste Mitglied der Tyrus-Familie, vorstellen. Tyrus 4, vollgepackt mit überwältigender Musikalität. Die super Articulation-Pianos im Tyrus 4 bieten eine Klangqualität, die man bisher nur aus den Clavinova-Modellen kannte. Egal welchen Musikstil Sie lieben, Sie werden ihn in Tyrus 4 finden. Sie mögen gerne Orchestermusik? Bitteschön. Musik Verlassen wir nun den Konzertsaal und betreten ein hochmodernes Musikstudium mit all den Sounds, die man auch von Yamaha's Motive Synthesizers kennt. Musik 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 Von den Dance-Styles und Sounds des Tyrus 4 ist es nur ein kleiner Schritt zum modernen Schlager. Musik Übrigens, die Klangkombinationen, die Sie bei dieser Demo hören, stammen allesamt aus den One-Touch-Settings, die zu jedem Style passende Vorschläge liefern. Die Entertainer-Kategorie bietet, was das Herz begehrt und Sie produzieren und interpretieren Ihren persönlichen Hit. Musik 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 Singen Sie eigentlich gerne? Na dann schließen Sie doch einfach ein Mikrofon direkt an Tyrus 4 an. Unzählige voreingestellte Mikrofon-Settings lassen Ihre Stimme in Ihrer Lieblingsstilistik und dank Vocalharmonie 2 sogar mehrstimmig erklingen. Und Tyrus 4 kann etwas, was Ihnen besonders viel Spaß machen wird. Musik 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 Was auch immer Sie spielen und singen, nehmen Sie direkt auf der eingebauten 250 GB Festplatte als Audio-Datei auf. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Multi-Track oder einer einfachen Aufnahme, wie hier in unserem Beispiel. Musik Der Audio-Player kann Wave-Dateien und MP3-Dateien abspielen. Zum Beispiel diese hier, die uns das Gefühl gibt, wir hätten schon lange wieder einmal mit ein paar Freunden ausgehen sollen. Musik Und wer entspannt nicht gerne nach getaner Studio-Arbeit in seiner Lieblingsbar um die Ecke? Die Jazz-Kombo, die dort spielt, haben Sie in Ihrem Tyrus 4 selbstverständlich auch. Musik 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 schwelgen sie nun genüsslich in mancher Erinnerung an vergangene Jahrzehnte. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie haben natürlich längst gemerkt, dass Tyros IV eine bisher nie dagewesene Anzahl von Chor- und Vocalsounds für Sie bereithält. Von klassischen Chören. Über Gospel-Chöre. Bis zu professionellen Pop-Vocals. Selbstverständlich kommt auch der Volksmusikliebhaber voll auf seine Kosten. Und wer gerne mit fertig arrangierten MIDI-Songs spielt und singt, der findet diese im Yamaha-Download-Shop und kann sie ganz bequem im Music-Finder verwalten. Tyros IV steckt voller neuer, spektakulärer Möglichkeiten und ist dabei sowohl kompatibel in Bezug auf seine Vorgänger als auch in vielerlei Hinsicht erweiterbar. Ich bin mir sicher, dass Sie nun neugierig geworden sind auf ein Instrument, das auch Ihre Musikalität beflügeln wird. Besuchen Sie Ihren Yamaha-Händler oder unsere Homepage yamaha.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß mit Tyros IV. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit.